So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Magic Craft Oder Magic Raft, Digga Raft, Raft, Raft Wir haben hier Eventuell Einen neuen Banger Stellt euch vor, Binding of Isaac Also ihr rennt da durch die Floors Habt dieselbe Perspektive Und euer Charakter Ändert sich auch äußerlich mit weirden Items Die immer mal wieder kommen, die ihr ordert Aber Ihr habt einen Zauberstab Und das Crafting System von Neuter Ist in eurem Zauberstab Wahrscheinlich ein bisschen abgespeckt Aber ja, that's it quasi Und wenn das aufgeht Holy shit Ich hab äh, ne halbe Stunde angespielt Nicht mal Ähm, und Das sah sehr potent aus Grafikstil mag ich irgendwie Erinnert mich so ein bisschen hier an dieses, wie hieß das Cult of the lamp So, hier haben wir jetzt einen Levitations Trank Genau, Tränke gibt es auch Und ähm Den kann man auch einsetzen Wenn man F drückt Rechts drückt Ah, scheiße Zu früh Ist jetzt? Ja, jetzt an Super So Na, und dann geht's in den nächsten Floor Ne, nicht Floor In den nächsten Raum So, jetzt haben wir hier Ein Giftkristall Genau Und den können wir jetzt In unseren Zauberschlott Äh, Zauberschlott, Digga Hahaha Zaubersstabslot reinziehen Und jetzt Sind unsere Schüsse Vergiftet Und ihr seht da oben Wie der nach und nach Die, ähm Quasi das Mag Durch Spam Was ist das jetzt? Das war hier mal ein Garten Wo Magier Spirituell getrainiert haben Aber jetzt sind es Ruinen Und es gibt verrückte Monster Ich hoffe, ich werde nicht verrückt So, und die Crystals Die Monster droppen Sind richtig nützlich Damit können wir nämlich Unsere Magie verstärken Geil Das klingt ein bisschen komisch Naja Geil Okay Das heißt Wenn wir links klick gedrückt halten Ne, der schießt ja immer drei Der schießt immer drei Weil drei Mag sind Im Magazin Bam, bam, bam Und dann ist erst mal Nachladepause Das heißt Der Zauberstab Hat ein Magazin Was ja von links nach rechts Ähm Durch Triggert Hat aber Ne Und das in einer gewissen Geschwindigkeit Aber Es gibt auch ein gewisses Reload Tempo Also so eine Down Phase Und Ich kann mir vorstellen Dass es später auch Mehr Zauberstäbe gibt Die längere Mags haben Ähm Die vielleicht auch selber Effekte haben Genau Und sie verbrauchen Mana Ich meine Der hat jetzt Mana Rec Was offensichtlich Größer ist Als unser Mana Verbrauch Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Unsere Schüsse Mit Poison verbessert haben Wird der Mana Verbrauch Nicht erhöht Das ist ganz interessant Aber hier steht ne Verbrauch drei Mana Diese blaue Kugel Mit drei Denke ich Und beim Zauberstab selber steht auch Feuerintervall Anderthalb Mikrosekunden Und der Cooldown ist eine halbe Sekunde Wenn Er nachlädt So Das ist schon mal alles Sehr gut zu wissen So Was haben wir jetzt hier Hier haben wir ne Truhe Und hier gibt es jetzt Eine Verzauberung Für unseren Zauberstart Dass unser Unsere Zauber Die wir schießen Äh Bouncen quasi So Und jetzt soll ich hier schießen Um den Typen zu treffen Geil Habt ihr verstanden Das ist quasi so Das grobe Crafting System Mit den Zauberstäben Und das kann halt Richtig Rampage gehen Wir finden bestimmt Richtig crazy shit Und haben richtig crazy Builds Remember The enhancement is usually placed To the left of the projector So that the enhancement can Take effect Okay Das heißt man muss immer Die Verzauberung links Von den Okay Das heißt es gibt Verzauberung Und es gibt Projektile Und die Verzauberung Muss man immer links Von den Projektilen Anordnen Damit die überhaupt Beeinflusst werden Let's go So bis hierhin Hab ich es ausprobiert Oh shit Was geht denn jetzt Hier ist ja Disgusting Die krabbeln so langsam Auf allen zu Jetzt geht es richtig los Mit dem Game Ah und die spawnen Durch die Eier Und ich darf wahrscheinlich Nicht auf die Spinnnetze Und die roten Spinnen Die schießen Ah und hier ist noch Viel gebauen sie Heftig So Jetzt ist ja irgendein Kreuz Ähm So auch wenn die Monster In jeder Ecke der Welt Rumlurken Digga Gibt es aber auch Belohnungen Die sie Von unseren Vorfahren Alter Die hinterlassen wurden Das sind so Solche Objekte hier Siehste Und die Ja die verbessern uns Krass I hope I can get an SSR So Abfahrt Jetzt haben wir quasi Relikte Ähnlich wie bei Binding of Isaac Beschwört drei Elfen Die gegnerische Projektile Abwenden Oder verhindern Wahrscheinlich so eine Art Schild Dann haben wir hier ein Amulett Wenn wir stillstehen Reduzieren wir Unser Casting Intervall Und den Cooldown Um 60% Krats Das nehmen wir No longer slowed down While casting spells Okay also wenn wir jetzt stehenbleiben Hä das wird ja Äh jetzt unser Mana leer Lol Hä aber das wird ja immer schneller Oh ich bin übrigens falsch Hier unten sind ein paar Nice Stats Alter wenn wir stehen Steh Äh wenn wir stehen 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 Wenn wir hier stehen bleiben Stillstehen War es mir richtig aus Was ist das für ein Kreis Ah wenn wir uns bewegen Ist Casting Tempo erhöht Aber wenn wir stillstehen Wird es immer schneller Das wurde immer schneller Okay Das ist so ein genereller Effekt Unabhängig jetzt von dem Item Also hier kriegen wir ein Herz Wahrscheinlich Max Life Und hier ein Buch Wie immer Buch Spell Room Max HP Spell Room So wir ballern erstmal hier alles ab Wir haben kein Mana mehr leider Ich habe nicht so viel Reichweite Okay Hier ist eine Giftpfütze Weg Oh die Büsche können wir auch weg machen Ist da ein Loot drin Ich muss sagen Die Mucke ist jetzt nicht so mein Vibe Ist so ein bisschen Kindergame Die Mucke Oder Ist nicht so geil Finde ich Vielleicht machen wir die einfach aus Ja das tönt ja richtig ab Das tönt ab So Neue Zaubersprüche Resonanz Rune Ist ne Passive Ach gibt's auch 30% Chance Automatisch Spell zu casten Wenn wir einen anderen Zauberstab verwenden Thunderstorm Projektil Super viel Damage AOE Thunder can be conducted Three times Okay warte mal Versteht ihr Wir haben den ganz vorne drin Das heißt das ist das erste was gecastet wird Und das ist nur ein AOE Okay und in dem 25 DPS werden da Leute reinrennen Okay So was ist das? Passive Also wir haben zwei Enhancements Und wir haben ne Passive When using other Wands Ja wo tun wir die rein? Hier oder was? Wir haben ne 30% Chance Automatisch Einen Spell zu casten Wenn wir einen anderen Zauberstab verwenden Das heißt wir müssen das in den anderen Zauberstab rein machen Damit hier Sachen verwendet werden Okay So was haben wir hier? Witch Work Relic Room Ja Relic Room kennen wir jetzt Dann gehen wir jetzt mal in Witch Work Mal gucken was das ist Ah hier kann man so ein bisschen craften Re-Roll Spells Add three identical Spells To gain a higher level one Ah wir können drei Spells umtauschen Ja können wir hier ein Magic Bullet reinballern oder? Ja Eine bessere Magic Bullet 13 Damage anstatt ein Units hit by the Spell Take 50% Oh Machen wir Geil Und da sehen wir die nächste Stufe Also wir haben jetzt nur ein Projekt hier Aber wenn Gegner davon getroffen werden Nehmen die 50% mehr Schaden Das heißt wenn die dann in meinem AOE Feld sind Krass Digga Ich glaube ich hab's verstanden So Ja die Rune re-rollen wir Kostet zwei Gold Oh Okay Okay Shop Ja wir haben kein Gold Spell Room Jo Können wir hier vielleicht Sachen zerstören Und die droppen uns irgendwie Gold Okay Also wir rennen den Gegner rein Und droppen einen schönen Schuss Tot Was findest du alter? Ciao Komm her Ich bin runtergefallen Oh mein goodness Ja movement ist auch wichtig Diggi Oh mein Gott Okay Oh das sieht nach mehreren Projektilen aus Multishot Mana Kosten um 150% erhöht Aber Multishot So jetzt ist die Frage Mach ich zwei so eine Areale jetzt Oh kostet aber jetzt zu viel Ich hab nicht genug Mana Krass Aber jetzt schieß ich zwei Digga es ist wirklich wie Neuter Ich bin im Himmel Ey Neuter Eins meiner most favorite games of all time Wir hatten so viel Spaß im Stream Leg Wire Projektil Ein Mana nur Kostet das Cast the first shootable spell On the right When this spell ends Umsonst oder was? Ach wenn der aufhört Kommen nochmal die Bälle raus Ja Jetzt kommen die Bälle raus Wenn der spell endet LOL Also das ist einfach ein Projektil Der bounced halt Wir können doch das Bouncen rausnehmen Dann kommen halt direkt die anderen Kugeln Aber Why? Ja aber ich glaube tatsächlich Also man kann so viel rummixen Ich glaube tatsächlich Dass es so besser ist Was haben wir genug Mana Wenn wir den rausnehmen Oder das Gift Oder das Nee Schade Okay dann Dann lassen wir das mit Multishot Multishot ist halt sehr teuer Hä das heißt Dieser Blitz hier ist vergiftet Ne Also eigentlich ist der so Oder wie LOL Das heißt Die werden auch In diesen Durch diese Kettenblitze Die ganze Zeit stacken Die Poison hoch Bis zu 80 Stacks Das ist ja ein insane Combo Ähm Na wir könnten die Ja haben wir jetzt Gold Ja wir haben 4 Gold Ja dann Rerollen wir jetzt So Ja die rerollen wir Oder Ja Accelator Spell Projectile Speed Plus 2 Cool Kostet das Mana Nö gar nicht Der Moved jetzt Ich weiß doch wieso Ich weiß wieso Der hat wahrscheinlich Ein Spell Projectile Speed Von 0 Weil der ist ja statisch Da seid ihr Und jetzt erhöhen wir es um 3 Das heißt er fängt an sich zu bewegen Oh Boss Level Ja ist mir egal Machen wir weg Das heißt er bewegt sich jetzt Die Frage ist wollen wir das Weil wir können ja auch gezielt Das richtig irgendwo reinsetzen In den Boss zum Beispiel Aber so können wir mehr Auf Distanz bleiben Eigentlich nur gut Ist ja insane Ach du scheiße Wir könnten nochmal was rerollen Das hier zum Beispiel Aber ist ganz geil eigentlich Ist nützlich finde ich Ja let's go Das ist der Boss Okay 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 Kann ich irgendwie dodgen Also ne Rolle machen Oh gedodged Ja das ist scheiße Das ist jetzt besser Situativ Ciao Okay super viel kristalle Herzen Um mich zu heilen Cool Und ne Truhe Für einen neuen Zauberstab Digga das ist wirklich Neuter trifft Isaac 1 zu 1 Ich dachte so Ja okay Aber die werden safe Nicht von Neuter Die Komplexität haben Aber das sieht gut aus Guck mal der hat Automatisch schon was drin Hit The hit targets move speed Mal 60% Ich glaube das ist ein bisschen komisch übersetzt It's spell projector speed Mal 80% Okay Effect all shootable spells on the right So was haben wir denn hier 50 Mana im Pool 12 Mana Regeneration Wie viel hat meiner So der hat 80 Mana Impuls Auch 12 Mana Regeneration Der schießt unnormal schnell Reloaded dann aber Der schießt noch schneller Reloaded schneller So der hat ein bisschen scatter Das heißt die Schüsse weichen so ein bisschen ab Ist nicht schnurgerade Aber der Damage ist reduziert quasi ne Der macht nur 90% des Schadens Der Sachen innen drin Und der macht nur 120% Und hier hat's auch noch ein Dings drin Ich nehm den Sticky Fang So aber Wie kann ich denn jetzt Kann ich den trotzdem haben Irgendwie Weil Vorhin ging's ja darum In nem anderen Wands Sachen Hm Und da ist ja auch nur eins Also ich kann doch mehrere haben Oder nicht Vielleicht später erst So Was Das check ich nicht ganz Ja der gelbe Schuss ist schneller ne Ein bisschen Ja die gelbe Kugel Überholt hier ein bisschen Oder Aber ich bin ehrlich Ich glaube das mit dem Donnerfeld Ach das ist gelockt Das kann man nicht rausnehmen Krass Also das mit dem Donnerfeld Ist crazy Ey warte mal Können wir nicht das Donnerfeld Da spawnen lassen Wo der aufkommt Das ist doch geil Das ist doch cool Aber der prallt halt einmal ab Ja So das kostet Das erhöht nicht die Mana kosten Ne Das heißt wir können immer zwei Donner Doch erhöht es Ja doch klar Rebound Ja ich glaube so ist am geilsten Und dann movt es Ne Wir lassen es so Let's go Relic Room Look at this alter Oh shit Ich hab gegen den Baum geschossen Dass dann die Poisons hochgesteckt werden Durch die Kettenblitze Ist so krass Oh mein Gott Ah Guck mal Dieser gelbe Debuff Der eben drauf war Das ist vom Vom Spell Das Movement Speed von dem Gegner Wird um 60% reduziert Und Die Spells von dem Gegner Um 80% Oder fliegen nur 80% des Tempos So rum So Was haben wir Spells can penetrate through walls Ich bekomme Jeglicher Schaden wird um 20% erhöht Bekomme Ein Punkt Schild Für Alle Okay Also ich bekomme für kurze Zeit ein Schild Wenn ich Gegner kille Ja dann hier Penetrate walls Aber ich hab ja Bounce Vielleicht will ich das gar nicht Was denn für walls Wahrscheinlich so Wir nehmen das mal mit Weil das klingt Also hier durch sowas durch Ne Hö Ja prallt nicht mehr ab Ich dachte es wäre genau andersrum Das ist eine Katastrophe Scheiße Und Levitationsdrank Ach das ist diese gelbe Suppe Die hinterlassen wird Durch den Ach so Okay Kann ich das Relikt wieder ablegen Das ist ja eine Katastrophe Okay Aber dann machen wir es wieder so Dann machen wir es auf Oder Schießt einfach durch die Warum sollte man das wollen Dass die Sachen durch die Wand geschossen werden Warum sollte man das wollen Okay wir machen aber die Combo wieder Und dann muss ich halt einfach Gegner treffen So jetzt ist die Frage Eine Sache würde ich gerne ausprobieren Hinterlassen die Items Wie bei Isaac Zu einer geringen Wahrscheinlichkeit Guck mal das wird ja nicht umsonst hier Oh aber das krasse ist ja jetzt Ah ne wir haben nicht unendlich Reichweite Gut Äh was haben wir gesagt So Abfahrt Coin Room Oh mein Gott Warte woher kriege ich Damage Ach durch ne Giftfütze Die hinterlassen wurde Das geile ist wenn ich halt Bäume treffe Werden auch die Gegner dahinter geschutet Oh Ah nicht ganz Das heißt ich kann hier richtig safe spielen Ciao Und das Gift wird hochgestackt Geil Okay und jetzt kriege ich Coins Einige Äh alter Junge Jetzt haben wir aber Geld Ja jetzt gehen wir mal in den Shop Da war man oh da ist ein Schlüssel Oh da ist ein Schlüssel Das ist völlig wie Isaac Junge So Was haben wir hier Large Shield 30 Schild Leben wiederbekommen Ein Schlüssel Mikro Mikrocosm Das ist ein Zauberstab Oder All Wands Am Pick Okay Die Mana Kosten Von allen Zauberstäben Wird um 20% reduziert Aber Ich kann ja nicht mehrere tragen Oder Das ist ja so ein bisschen mein Problem Weil ich konnte ja eben den Startding Nicht noch mitnehmen Weißt du Orbit Der hat eine Duration von 3 Radius von 8 Meter Und es Achso Das sind so 3 Spells Die um mich herum Kreisen Disruption Ray Ist ein Projektil 40 Mana Channeled Spell Was hält man gedrückt? So ein Laserstrahl Ist hier 2 mal Dem mit Gift Und dem Ist schon eine krasse Combo Glaube ich Aber Ich hab das Gefühl Dass meine auch echt strong ist Aber wir probieren aus Mann Wir nehmen das mal mit Warte mal Kommt der dann am Ende raus? Jo Aber ich kann mal einfach selber den machen Oh mein Gott Der hat aber auch richtig recoil Ich rutsche richtig weg Aber manchmal ist Gift Und manchmal ist es halt Dass Gegner geslowed werden Was cool ist Multishot Ach schade Ich brauch mehr Mana Warte mal Also das hab ich leider Vielleicht war das auch kein Spell Äh kein Wand Aber doch safe Ne Durch das Durchschlägt Gegner Krass Oh was hier? Hier geht's noch weiter Potions Gain Gain a random chest Remove curse randomly Restore HP Permanently increase max HP Minus 5 bis plus 15 Geil Ein bisschen Gamble Permanently increased MP Regeneration Abfahrt Wie setze ich den ein Wie setze ich den ein Rechte Maustaste Um plus 1 Hammer Das heißt Der ist jetzt bei 13 Und nicht bei 12 Okay Das ist ja Das ist ja noch eine Ebene Mehr als bei neuter Wollte man das wollen Digga Das Gift hochgestackt wird Das Gift Alter Ich muss langsam Auf mein Leben Acht geben Das sah auch Nach Natur aus 20 Schild Hab ich jetzt bekommen Okay Charging Mode Passive Mana Kosten Reduziert um 10% Hold the shoot button To charge the spell Six times Aber ich hab ja schon Charging Ich lad den auf Kame Kame Was passiert jetzt Oh mein Gott Das Game ist ja der Arm Akane Explosion Crit Chance 25% Warte mal Ich hab ne Idee Geht das? Ja Wir schießen zwei Projektile Da wo die Wo der Spell endet Werden dann Jeweils Einer kann Explosion getriggert Mit 18 Damage 25% Crit Chance Die Gift Oder Slot Macht Oh mein Gott Das geht nicht Na schade Was könnte man noch Kombinieren? Rebound Hoppala Rebound auf den Strahl Ah ne Ich hab ja das Gelegt Das geht ja gar nicht mehr Ja der Charging Mode ist ja insane Max HP Oder Coin Room Coin Room Oder? Easy Und jetzt pass mal auf Digga auch die Reichweite Die können Die können mir halt gar nichts Es ist mir so egal Was die machen Ich glaube Das ist eher geil Gegen Bosse Oder kann ich Pre Pre Feiern Achso Und ich hab Keinen Recoil Ne Actually Doch hab ich Kann ich Für nen neuen Raum Das irgendwie Aufladen Ich probier's mal Was haben wir da für Räume 12 12 Regen Was ist das? Critschung 10% Und der ist genauer Aber seine Base Genauigkeit ist scheiße Laser Ey was hab ich denn Disruption Ray Anscheinend ist Disruption Ray So eine bessere Variante Kann sein Rainbow Hit Targets Will be frozen What? Das ist ein Enhancement Das kann ich einfach Davor klatschen Was hier? Gut Also ich würde Den gerne ausprobieren Aber ich hab zu wenig Geld Aber das sieht auch krass aus Gegner werden Eingefroren Ja die waren so bläulich Ok was haben wir hier Rallye Room Oh Gott Oh die hält aus Oh ne Tot gedottet So Jetzt kriegen wir nen Relic Oh Mana Regeneration Um zwei Spell Knockback Erhöht Ich hab da Achso Wahrscheinlich für die Gegner Die haben genockbacked Werden Nicht wir Reduziert Die Indiscriminate Reduce the Indiscriminate Damage Taken to one Was ist denn Indiscriminate Das google ich Indiscriminate Indiscriminate Done at random All without careful judgment Ja ich glaub Merlins Robo ist sick Oder Krass Und Boss Ok Boss Ja ich glaub dann Dodge ich jetzt einfach Konzentriere mich aufs Dodgen Lad komplett auf Und dann wird eskaliert Sorry geht ja gar nicht Let's go Oh ja noch nicht Triggern lassen Den Boss Fight Vor allem jeder Strahl Kann ja Gift Hochstecken Wisst ihr was ich meine Ok let's go Wo ist er Das ist ein perfekter Bossraum für mich Kann ich schön Aufladen Geht nicht Soviel dazu Na gut Venomous Spider Egg Ok Das erinnert mich Ein bisschen an das Herz der Mutter Von Isaac Oh ja Digga Was Der hat mich aber Bös gehittet Aber ich geh einfach Nur auf Range Anscheinend Triggert dann das Ei Nicht Nur wenn der Neben ist Oh shit Ich bin vergiftet Aber Anscheinend Gift wird Immun Ich bin tot Oder Ach ich kann die kaputt machen Oh no Ok dann bringen wir jetzt ein bisschen Tempo rein Ich glaube dieser Donnerkreis war nach wie vor der beste Spell Hey jo Was passiert wenn wir tot sind True Haha sieht so aus als ob unser Held schon tot ist Aber warum ist er hier gestorben Digga Unnormal Er atmet noch Krass Erstmal ein Lagerfeuer machen Oh die eine ist richtig pisst Komisch Ich sehe keine Wunder an seinem Körper Wahrscheinlich zu Tode erschreckt Digger 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 Er heißt einfach Hero Er heißt einfach Hero It's great that you're okay Lol Ist das Alter Don't tell me Metaprogression Interact mit dem Spiegel. Hahaha! Was? 60k Pre-Order? Was? Den hat man nur, wenn man... Jo, ich sehe jetzt so aus. Das ist ja der Hammer. So, was geht dir ab? Wenn du irgendwie mal Hilfe brauchst, sag Bescheid. Okay. Ah, hier kann ich die Kristalle eintauschen. Okay. Und ich habe noch ein paar. Jo, 25. Sehr gut. Oh! Start Coins? Start HP? One Slot? So, machen wir mal einen One Slot. Ah! Ich dachte, die One Slots. Aber ja, okay. Cool. Dann Startgeld. Nochmal mehr Startgeld. Abfahrt. Was ist das? Aha, das ist anscheinend eine spätere Ressource. Super. So, was kann ich bei dir machen? Bla, 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 bla. Irgendeine Prophezeiung. Gut. Das ist ein bisschen Lore. Ja, Abfahrt. Weiter geht's. Das Game ist ja crazy. Jo, und es ist einfach eine andere Map, ne? So, was hat er gedroppt? Penetration. Oh, wir durchschlagen jetzt einmal. Äh, Relic Room, würde ich sagen. Durchschlagen ist nice. Wait, das... Mit dem Laser? Ne, der Laser hat eh durchschlagen, ne? Oh, was ist jetzt los, Digga? Oh, der... Der... Der ist wie diese ekligen... Jaja, ein paar Isaac-Referenzen gibt's hier auf jeden Fall. So. Gelbe Spur. Das glaubt mich nur, ne? Do you remember you walked this path? That's right. I was... Yeah, yeah. Reib of Ancient Gods, Digga. They will move and recognize. In the forest you know is no longer the same as before. Ah, das ist ja mysteriös, Digga. Abfahrt. Wahrscheinlich Reichweite erhöht. Drei Elfen. Gain 15 Points of Temporary Shield when entering a door. Ja, das nehm ich mal. Ich glaube, dadurch sind wir... Deutlich widerstandsfähiger. So, jetzt hätten wir doch ne Spike-Chest. Not enough Keys. Ach, man braucht jedes Mal einen Schlüssel, um die zu öffnen. Jo, und die sind jetzt gar nicht mehr spiky. Okay. Ja, dann Spellroom. Oh mein Gott. Laser. Lol. Hoppala. Oh, keine Reichweite. Ah, okay. Wenn man nicht so nah rangeht, triggern die nicht. Cool. So, was krieg ich? Overload Scatter. Verstehe. Und ein Stein. Und der durchschlägt ja. Lol. Ey, bitte lass es einfach ultra viel Spells geben. Was ist das? Increase Enemies Movement Speed bei 20%. Ist das ein Curse? Aber es gibt wahrscheinlich ne krasse Belohnung. Jo. Okay, Gegner sind ja 20% schneller. Ja, Relic Room. Oh mein Gott. Ich lass ihn einfach. Aber ich brauch mir einen Mana-Rig. Oh, hat aber auch krass Reichweite. Und kann Krippen. Na, ist ein bisschen wie Bowling jetzt. Krass. Maximale Mana plus 20. Das ist, glaub ich, strong. Spell Knockback. Ja, aber 20% mehr Mana. Das ist ja jetzt aber auch ein schönen Helm. Jo, da kam ne Münze raus. Okay, Abfahrt. So. Witchwork. Relic Room. Schau. Jo, der Stein ist stark. Okay, Gegnerleben wird angezeigt. 30% Chance, ne neue Potion zu bekommen. Jedes Mal, wenn wir eine konsumieren. Das ist, glaub ich, insane. Das nehmen wir. Spell Room. Oh, ne Trap. It's a Trap. Lol. Die werden auch gedamaged durch die Trap. Crit Rate. 10%, aber dafür ungenauer. Beschwört Kreaturen. Ne. Beschworene Kreaturen moven schneller und greifen schneller an. Verlieren aber Leben. Und Parasiten kommen. Wir können Kreaturen beschwören. Junge, das brauchen wir. So, der kann jetzt kritten. Also erhöht. Der hat jetzt 40% Crit Chance. Relic Option minus 1. Ah, dann haben wir immer nur 2 zur Auswahl. Ne, das machen wir nicht. Okay, Attack Speed wird deutlich erhöht. Aber halt mehr Scatter. Egal, was ist das für ein Auge. Oh lol, Treffer. Oh Gott. Ja, komm mal hier rein. Treffer. Schön. Treffer. Ciao. Geil. Ruhe, ordentlich Crystals. Und Leben. Und ne Truhe. Okay. 120 Mana. Spell hovers in place for two seconds after it ends. Spells are always cast in reverse. Der ist ja krass, der hat ja ultra 4 Mana. Der bleibt ja einfach liegen. Lol. Das ist ja wild. Das kann nützlich sein. Und ich kann es auch woanders reintun. Guck, wie viel Mana der hat. Wir können halt jetzt richtig shooten. Crazy. Genau, wenn ich einen Raum betrete, habe ich 15 Schild. Ciao. 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 Lol. Voll in die Falle. Idiot. Geil. Geld. Ey, ich brauche unbedingt einen Shop. Ich habe 40 Coins. Ist gerade ein Fass explodiert? Ich glaube, eine Spellroom oder magst du jetzt spiel? Spellroom. Also der Stein ist stark. Aber bisher ist das natürlich nichts Wildes. Ne? Ist sehr simpel. Okay. Die sterben alle am Feuer. Ciao. Jetzt sterben die nicht am Feuer. Okay. Oh. Oh. Okay. Oh Gott, da ist eine Spinne rausgekommen. Iiih, aber mein Schild hat es geblockt. Das hält ja übel lang an. So. Noch mehr Penetration. Spell Duration. Geil. Ja, jetzt können wir zwei Gegner durchschlagen. Jetzt gehen wir in den Shop. Wir haben ultra viel Geld. So, Zauberstab. Ey, was hat der hier hin? Pest Slot. Charge 20 Points for any damage dealt above 45 with this wound. Pest Slot. Okay, Wild. Was gibt's noch? Spells cast. Spells, die gleichzeitig gecastet werden. Ah. Wenn ich zwei Kugeln schieße, ist dazwischen so eine Lightning Spur. So, das kennen wir. Charging Mode. Junge sechs Steine auf einmal, die alle durchschlagen. Das wäre schon wild, oder? Schlüssel würde ich mitnehmen. So, wir können das mit dem Pest hier mal ausprobieren. Ich verstehe es halt nicht. Ich glaube, da kann man halt was reinlegen. Das ist ja ein Slot. Ach, ein Post Slot. Oder Post Slot. Und ich glaube, jedes Mal, wenn der Spell, der da drin liegt, über 45 Schaden zufügt, kriege ich einen Punkt. Und wir brauchen 20. Aber was dann passiert, steht da nicht. Wir nehmen es einfach mal mit. Ausprobieren. This one seems to have some special Slots. What is this Post Slot used for? Oder Post. Generally speaking, it's not much different from common Slots. And you can also equip Spells in them. Immer wenn sauber der Vorlieg getriggert wird. Immer wenn ein Zauber in einem normalen Slot davor liegend getriggert wird. Und die Charging Conditions, also die 45 Damage in dem Fall, erfüllt würden, wird der Post Slot auch gecharged. For free wahrscheinlich. Und alle Spells in den Post Slots werden abgefeuert. Okay, ich muss es einfach ausprobieren. Okay, ich muss es ausprobieren. Also wenn ich jetzt da so eine blaue Kugel reinmache. Und wir machen mit dem über 45 Schaden. Höh, was denn jetzt passiert? Dann werden die abgefeuert. Aber warum? Okay, und was sind diese 20 Punkte? Okay, verstehe. Wenn das Projektil davor oder ein Spell 45 Schaden macht, werden die abgefeuert. Ach, und hier werden die aufgeladen. Ah, ich glaube es ist ich generiere Charges so viel wie ich über 45 Damage mache. Also immer 10. Und bei 20 werden die einmal ausgelöst. Ja, ich glaube ich habe es ungefähr verstanden. Okay, und ich kann nur zwei tragen. Deswegen nehme ich den mit. Okay. Ja, ist doch cool. Oder? 30 Schild. Brauchen wir nicht. Max live oder? Nee. Ja, dann sparen wir. Let's go. Oder macht das gegnerische Projektile weg? Okay, jetzt rasieren wir jetzt ziemlich rein. Digga, das also das Game. Was ist das? Das ist ja der Wahnsinn. Oh Gott. Aber ich habe ja Schild. Alles gut. Relic. Schaden um 20% erhöht. Das ist jetzt natürlich krass, ne? 20% Chance, ein Leben wiederherzustellen, wenn ein Gegner gekillt wird. Das ist auch krass. Randomly upgrade one Relic. If no Relic can be upgraded, obtain a common. Okay. 20% mehr Schaden. Aber das, also damit sind wir ja, damit heilen wir uns ja so krass hoch, ne? Aber 20% mehr Schaden ist natürlich auch huge. Hier ist eine Truhe. Seed of Greed. Ein Relic. Absorbt alle HP Regeneration. Und der Samir wird wachsen, wenn 50 absorbiert sind. Und dann wird unser Max HP um 35 erhöht. Geil. Was ist das? Witchwork, genau. Relic Room. Ja, bisschen Witchwork, oder? So, wir können wieder eine krasse Kugel machen. Machen wir mal. Und wir können Sachen re-rollen. Was ist denn so? Achso. Jo. Dunge rotet da richtig raus. Okay. Crit. Was haben wir hier? Spell Duration. Ja, das kann für AOE Sachen richtig krass sein. Hover kann für AOE Sachen auch relativ krass sein. Aber wir machen mal... Ich würde ja gern was beschwören. Das scheint über... Also man kann Summoner einfach sein. Spell Duration. Wir machen Hover Mugget. Für Rainbow. Boah. Digga, what? Alter. Das ist ja sick. Das ist ja sick. Da wird halt nochmal gescattert. Das ist eigentlich nicht so gut. Aber dann vielleicht Crit-Rate? Crit-Chance? Crit-Chance ist doch geil. Oder... Ah, jetzt eigentlich bei den Strahlen... Hm. Actually ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass die Kugel durchschlägt, sondern eher... Dass die Rainbow-Sachen durchschlagen, right? Yo. Dann kann ich noch was vorknallen. Spell Duration macht keinen Sinn. Aber jetzt nochmal scatter. Scatter? 200 DPS. Wenn ich das wegmache... ...deutlich weniger DPS. Weil... ...plus 5 Salvo dazukommen, Junge? Projektile oder was? Hm. So, Shop oder Relic? Ich würde sagen Shop. Ich brauche halt einen geilen Spell. Mhm. Der ist super schnell. Da kann man richtig durchspammen mit. Butterfly. Digga, wir schießen Schmetterlinge. Black Hole. Abfahrt. So, Duration. Aber jetzt muss ich ja viel mehr Damage machen, oder? Gefühlt muss ich jetzt mehr Damage machen, oder? Hm. Wieso muss ich jetzt mehr Damage machen? 45 war's. Ach, jeder Punkt über 45 chargt? Ah. Aber... Hm. Ach, erst wird der... Warte mal. So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Aber ist auf jeden Fall... ...sehr interessant. Ist schon mal gut. Okay, schwarze Loch... ...moved halt kaum, ne? Ah, ich habe nicht genug Mana, dass das spawnt. Wieso spawnt das jetzt nicht? Jetzt. Digga, die wollen aber gut zerrippt. Okay. Ordentlich Gold. Und weiter geht's. Bossraum. Ja, gegen Bosses ist schwarze Loch vielleicht ganz gut, oder? Ah, ich habe das Gefühl, mit der Variante davor haben wir mehr Damage gemacht. Das war dann so... Ne, Scatter. Ne, ja, haben wir ja. Cool. Ah, er ist schon wieder. Ja, gut. Ja, guck mal, wie viel... Also, den bürsten wir ja komplett weg. Das ist schon krass, er bürst. Ciao. Das knallt schon. Das andere ist zwar irgendwie spektakulärer, aber nicht so stark. So, jetzt Seed of Life. Oh, und hier haben wir Ancient Blood. Seed of Life wird ja gut hochgesackt. Ne, 40 von 50. Geil. So. Pestive Gift. Wieder Post Slots. Ah, und da generieren wir 20 Punkte für jeden Gegner, der gekillt wird. Das heißt, wir müssen erstmal Gegner killen. So, und hier ist for free ein Multishot drin. Aber der ist locked. Multishot ist natürlich krass. Aber der hat nur 80 Mana. Jetzt kommen zwei Steine raus. Also, es kommen zwei Steine raus, die jeweils, jeweils zweimal durchschlagen. Aber... Ach, Leute, die machen sogar manchmal so. Was ist full salvo? Also, Attack Speed würde halt übel erhöht. Cool, auch minus 1,5. Also, minus 0,15. Was war der nochmal? War einfach shit, ne? Ja. So, und den Posts... Was ist denn, wenn man... Ja, das ist kacke. Auch sick? Aber das ist sicker. Enhanced Ration. Das könnte knallen. Okay. Wir opfern Leben. Blood Relic. Blood Relic. Ja. Wir opfern maximales Leben. Oh, hier können wir einfach fliegen. Holy shit. Can unlock all chests and doors for free. Den können wir uns nicht leisten. When entering a shop or witch work, a side room is guaranteed. Ah. Oh, alter Dinger. Aber wir haben nur 60 Max Life. Aber fliegen ist insane. Aber alles umsonst öffnen ist auch insane. Ich glaube, das ist sogar besser. Value-technisch. Fliegen ist auch gut, klar. Aber... Next Chapter. Gibt's bisher nur drei? Oh, das soll bitte endlos irgendwie alles sein. So Max Life brauchen wir. Congratulations on making it through the forest. You're surprisingly talented. So, jetzt sind wir... Wo sind wir jetzt? Im Fortress. Ja, ja. Bla, bla, bla. Abfahrt. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Game zu einfach sein könnte. Mach schon, ne? Okay. Kann man das kaputt machen? Den haben wir zerstört. Oh, shit. Was ist das denn, Alter? It's disgusting. Wir haben halt gar kein Leben, ne? Oh, die rollen aber weit. Und mit den Westen. Oh mein Gott, der hält aber aus. Oh Gott. Okay, ich habe es irgendwie gerettet. Yo, jetzt ist der Samen getriggert. Nice. Und Max Life, jetzt sind wir wieder auf 70. Geil. So. Den können wir jetzt for free aufmachen. Aber wir verlieren trotzdem den, ne? Aber es ist okay, weil wir haben ja Schild. So, wo geht es lang? Hier oben Relic Room. Das sieht man nicht so gut. Okay. Immerhin facen die mich nicht so krass. Aber die Eier müssen weg. Oh doch, jetzt ist der Bock. Wir sind Spikes. Ja, Mana-Probleme sind auf jeden Fall da, ne? Ja, das Game ist ja der Wahnsinn. Ich liebe ja Leute über alles, ne? Aha, nochmal Eier. Schau, jetzt machen wir erstmal Spinne weg. Jetzt ihn hier. Wie der immer aufrückt. Das rückt immer auf, ey. Insane. Also Monster-Design ist auch echt cool, finde ich. Ah, okay, wenn die... Okay, aber wir hatten Schild. Alles cool. So, wir haben super viel Range. Geil. Relic. Demon-Bone... Ah, da. Demon-Knochenspanz, Digga. Generate a magic missile that follows behind you whenever an enemy is killed. Okay. Ah, ein bisschen wie das Fliegen-Ding von Isaac. Increased Movement Speed. Oh, ne höhere Version. 35% Damage. Increased Movement Speed ist aber auch ganz cool, oder? Okay. Alright. Spell. Ich lass das mal so stehen, ja? Oh shit. Oh, die gelben Eier muss ich wegmachen, oder? Der explodiert. Nope. Oh Gott. Ist ja aber hier auf engen Raum. X-Form-Explosion. Oh Gott. Gut, dass wir Schild haben. Geht das Gift nicht weg? Geht das Gift nicht weg? Hier ist gar kein Gift. So, Butterfly und Extended Range. Okay. Einfach Butterflies. Extended Range. Aber das erhöht ja nicht die Mana-Kosten, oder? 22,5. Nö. Super. So, Witchwork. Ne, Shop. Coinroom. Ja, geil. Wer sind die denn? Das ist für Joachims, Alter. Ich bin ins Loch durch das Recoil. Oh mein Gott. Die fliegen auch ins Loch. Okay, anderer Zauberstab. Aber. Effektiv. Aber die machen gar nichts, oder? Die Challenge ist eher die zu killen, wa? Oder, oder what? Okay. Noch einer, und der schießt. Verstehe. Digga, was sind das für weirde Gegner? Okay, wir haben's. Ein paar Coins. Wild. So, äh, Coinroom, Spellroom. Ah, shit. Hab ich eingefangen. Ich erwischt die irgendwie nicht so gut. Okay. Thunderstorm. Zweimal. Okay, das ist jetzt interessant. Weil. I think. Wir können jetzt. Oh. Ach ja, das ist darin. Okay. Ich glaube. Wenn wir jetzt Schaden machen. Über 45. Dann werden Thunderstorms. Ah, erst abgefeuert. Also nicht hier bei, da wo der Aufprall ist, ne? Warte mal. Shop. Jo. Ja, da wo wir halt stehen. Aber es ist ja for free. Das heißt, die spawnen unendlich. Dieses Game ist der absolute Shit. Leute, das ist ja der Wahnsinn. Wie kriegen wir es hin, dass die da ploppen, wo der Ball endet? Das wäre geil. Okay, wir gucken erst mal, was wir hier haben. Spell tracks the target nearby. Ah. Das ist ja geil. So ein bisschen zielsuchend. Trollserum. Für beschworene Kreaturen. Schwarzes Loch. Endless Book. Ja, das war halt einfach übel schnell. Und ganz viel Schild. Schlüssel brauchen wir nicht. Ja, Navigation klingt krass. Das bei den Steinen. Dann treffen die halt immer. Das ist schon sehr krass. Das ist halt übel viel mehr Damage quasi, ne? So, dann kann ich auch das Scatter ruhig nehmen. Ist ja egal. Das ist dann so ein bisschen meine Defense. Aber eigentlich nicht so geil. Multishot. Auf die. Dann spawnen immer zwei Ringe. Das ist natürlich, wenn was an mich rankommt, mache ich einfach den. Actually ist gar nicht mehr so viel Damage, ne? Das muss man schon geil kombinieren, damit das richtig knallt. Sieht halt heftig aus, als es ist, ne? So ein bisschen. Ich meine, man kann da Crit reinpacken. Das wäre dann schon gut. Ja. Aber es muss aber erst mal stacken, ne? Oh. Aber wir können ja bald verbessern, wenn wir davon drei haben. So, was packe ich denn hier jetzt rein? Butterflies? Die fliegen alle auf die Gegner zu? Man kann die richtig pumpen. Weil dann geben wir den Crit. Dann geben wir den Duration, weil die laufen vielleicht ab. Oder laufen die ab? Projectile. Ja, die sind ja wahrscheinlich keine beschworenen Kreaturen, oder? Auch wenn es eigentlich Kreaturen sind. Aber ich glaube, Parasit. Nee, aber ich glaube, das ist cool. Penetration ist cool. Dann fliegen die zum nächsten Otto. Ja. Und hier haben wir einfach einen Stein, der immer trifft. So, und der triggert dann Rainbow. Right? Oder der triggert einfach die... Einfach alles. Der triggert einfach alles. Der triggert einfach auch die... Die Butterflies. Weil die können ja auch sein, wo sie wollen. Haben die jetzt auch Navigation drauf? Nee, ne? Boah, das ist krass. Okay, let's go. Spellroom. Achso, wir können ja noch... Nein, bitte. Ja, geil. Das ist ja Coins. Und hier ist ein Extra-Raum. Gar nicht gesehen. Was haben wir hier? Refresh all doors, items in sale. Das ist nicht schlecht. Permanently increase max mana. Ja, wir müssen richtig Flask pumpen, weil, remember, wir haben ja Endless Bottle. Randomly upgrade one Relic. Das ist krass. Kann ja nochmal droppen. Okay, vier und acht sind zwölf. Ja, geil. So, Abfahrt. Wie viel hat das jetzt gebracht? Genau null. Ah, nee, hä? Das war irgendwie der falsche. So, jetzt so. Ach, ich muss gedrückt halten. Geil. Okay, so und das. Unlock everything locked in the current room. Nee, ich wollte den hier jetzt. Genau. Random upgrade irgendwie Relic. Upgrade, Merlin's Head und irgendwas anderes auch. Jo, max MP plus 40 jetzt. Okay, crazy. Und ich habe noch eine Unlock Potion bekommen. Irgendwie for free. Ja, whatever. Okay, jetzt wird weiter gekrabbelt. Ähm, Spellroom. Ah. Das ist jetzt doof. Oh, wobei. Oh, wie die einfach hinterher rollen. Das ist geil, dass sie hinterher rollen. Einfach ein bisschen Ziel suchen, mal. Holy shit. Gut, dass ich schnell bin. Ah, die Feinden sind doof. Oh Gott. Holy shit. Ja, wir müssen irgendwie jetzt mal umbauen. Das ist ja Käse. Okay. Fliegt und siegt. Sterbt. Da oben. Zugriff. Klasse. Ich glaube, umso größer der ist, umso mehr schießt der. Kann das sein? Oh, Alter. Ist aber auch Damage. Nicht zu verachten. So, Spells. Pop. Summon. Okay, geil. Und Silent Flower. Wand Empirium. Oh, erhöht die Mana-Regionation. Okay. Das ballern wir jetzt einfach hier hin. Und dann machen wir jetzt Parasit davor. Okay. Und da kommen Parasiten raus, wenn die sterben. Loy. Kritten. Ja, die können kritten. Die halten länger an. Die penetrieren. Das braucht es eigentlich nicht. Regenerationsrate vom Zauberstab. Ich glaube, man kann nur eine maximale Anzahl haben, oder? Ja, fünf kann man nur haben. Okay. Dann. Also das ist schon krass. Diese Mana-Regenerationsrate. Ja, ist doch cool, oder? Ich meine, jetzt haben wir hier einen Semana-Zauberstab. Da können wir einfach mal Mana-Regionation reinmachen. Schade ist ja nicht. Ja. So, Truhe. Zwei Refresh-Chances when receiving a Relic. Ja, geil. Bossraum. Abfahrt. Hoppala. Captured? Captured? Oh Gott. Die schießen. Jo, einfach mein Controller. Er schießt ihn. Ey, nicht gegen mich verwenden. Das ist nicht cool. Oh mein Gott. Er schießt ihn. Er schießt nicht mich, bitte. Oh, er schießt er zurück. Und drauf. Geil, tot. Alter. Krass. Oh, Charging-Mode nochmal. Und Mr. Key's Head. Increased Spell-Damage equal to the half amount of the one remaining MP. Okay, der braucht ordentlich Mana. Oh, ich hab fast genug. Wie reduzieren wir ein bisschen die Mana-Kosten? Steht hier irgendwo, dass etwas die Mana-Kosten erhöht? Braucht ein bisschen mehr Mana. Äh, weniger. Ne, ein bisschen mehr Mana. Schade. Okay, aber das scheint krass zu sein. Okay. Okay. ok 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 mehr range penetration heilige scheiße dicker wir haben eine riesen spinne die wir beschwören what der saugt die ab ich habe ihn aus versehen was liegt hier auf dem boden ich bin so verwirrt ich bin so verwirrt was passiert hier alles aber er macht leider nicht mehr als 40 schaden deswegen werden die nicht gesummelt das wäre so geil würde er mehr als 40 schaden machen aber macht er nicht der saugt die halt so stückweise aus all damage is increased by one for every two point of hp loss grind a better side distance schild wenn wir leute töten wir rerollen einmal alle gegner in drei meter range kriegen 15 damage pro sekunde drei schild wenn wir eine tor tür aufmachen ja das nehmen wir jetzt okay was ist hier die kann man aufschließen können wir ja unendlich was ist das oh gott es gibt ja nur ein richtig und ein falsch oder was und da ist ein schalter oh lol okay what the fuck alter und navigation bekommen wir cool und navigation plus ja das brauchen wir auf den gar nicht äh das brauchen wir unten auf ne brauchen wir auch nicht ne man kann nur einballern kann doch irgendwas reinhauen was noch hilft ne ja dann würde ich sagen haben wir da navigation plus rein und scheißegal scheißegal ups abfahrt shop ne oh saug sie aus alle was ist diese scheiß auf dem boden ok also diese glänzende silberne scheiß auf dem boden i don't know ähhhhhhhhh spell room ja zugriff ich verteidige mich einfach nur mit dem spell wollen wir zugriff hä das hat mich auf dem boden angegriffen was hält der aus der ballert die da oben weg der zack die aber hier unten habe ich probleme kommen wir wieder her das ist ja insane wer ist er ach das reflektiert nur schüsse ok projectile speed ok leute ich würde es hier erstmal bei mir lassen weil wir jetzt schon über eine stunde aufnehmen und ich übel hunger krieg aber vielleicht geil können wir mehr reroll i mean ich kann hier vielleicht weitermachen beim nächsten mal geht das return to camp ne geht leider nicht aber ja wir machen einfach noch ein video denk ich mal save wenn ihr bock habt und dann machen wir einfach einen neuen schönen run das ist ja insane ich verabschiede mich bis denn tschüssi und dann oder das war 2 bis bei natürlich sie